Das heißt, Sie sind gekommen, um uns die Lefitten zu lesen. Hör Sie, ich habe gesagt, wenn ich in deinem Stil sprechen würde, würde ich so sprechen. Susi, ich muss gestehen, dass es mich ein bisschen nervt, von Ihnen andauernd geduzt zu werden. Hör Sie, dann verbiete es mir auch. Susi, verbieten liegt mir nicht, aber ich bitte darum, von Ihnen nicht mehr geduzt zu werden. Hör Sie, einverstanden, dann lassen wir es. Susi, Sie wollen mit mir nicht länger sprechen, Hör Sie liegt. Susi, das habe ich gewusst, dass das dann nicht geht. Hör Sie, ja Susi, bitte. Hör Sie, Hör Sie, Hör Sie, ja. Hör Sie, mich kannst du duzen, solange du bist. Ich finde dein Du-Sagen interessant. Darf ich fragen, was es bedeutet, dass du zu allen Du sagst? Hör Sie, Hör Sie, oh je. Hör Sie, Hör Sie, oh je. Hör Sie, bitte, du kannst auf jede Frage mit oh je antworten. Mich hätte es interessiert. Hör Sie, oh je, sage ich, weil die Antwort in die Mitte führt, tief hinein in mein Leben. Hör Sie, Hör Sie, war es das oder kommt noch was? Hör Sie, das ist überhaupt meine Hemmung. Wenn ich etwas sage, das führt immer zu weit und viel zu weit. Hör Sie, Hör Sie. Er leitet das Psychiatrische Landeskrankenhaus Scherlingen und unterrichtet dort eine Pflegerschule und hat mir Latein und Orken beigebracht, außerhalb des Lehrprogramms. Nach Mutter Fini ist er für mich der wichtigste Mensch geworden. Aber wie bin ich hingekommen zu Wien? Weil ich zu Fuß gehe, immer, überall. Also werde ich am 24. Dezember im Wald zwischen Wertigen und Reifigen in der Dämmerung bei Schnee greifen, von einem Auto gestreift in den Graben geschutzt, kann aber meinen Hut an meinem Stopp noch in die Straße hinaushalten, dass der Pfarrer Chrysostomus Studer, der von einer Kindergartenbescheren heimfähig, bzw. meinen Hut sieht, Hilfe holt. Ich komme nach Ulm, werde gepflegt und gepflegt. Bis die Reha vorbei ist, wird es Ende März. Und nach so viel Arzt- und Pflegeerfahrung, denke ich, weil ich noch keinen Beruf habe, werde doch einfach Pfleger. Einer empfiehlt mir Pfleger schon in Scherlingen. Ich schreibe hin, leider zu spät für dieses Jahr. Die Aufnahmeprüfungen sind Ende März. Alles ist schon terminiert. Vorübergehende Entmutigung. Aber ich kann wieder gehen. Der erste Gang, natürlich, zu meinem Retter, Pfarrer Schnuder. Ihm erzähle ich alles und er, mit Augen im Feinlein, ist der in Bibera mit die Schule gegangen. Den ruft er an. Ich werde zur Aufnahmeprüfung zugelassen und in die Schule aufgenommen. Und dazu Orgel und dazu Latein. Und durch das Latein, dann das immer-währende Du. Kürzer lässt es sich nicht sagen. Da kann man sagen, Glückwunsch. Für sie kammern. Du sagst das so, als könnte man es auch woanders sagen. Für sie stimmt. Und? Für sie, oje. Wieder tief in die Mitte. Für sie das nicht, aber riskant irgendwie hier. Für sie, in einer Talkshow. Für sie, genau. Für sie, herausgekommen. Für sie. Ich bin geleitet. Für sie geleitet. Von wem? Für sie. Wenn ich nicht zum Pfarrer Schnuder gegangen wäre, wäre ich nicht zum Professor Feinlein als Schüler gekommen. Gäbe es keine Datei und kein Du. Für sie, ganz klar. Für sie. Meine Mutter Feinlein war auch geleitet. Immer. Ich verstehe. Für sie prima. Und dass Du hier in unserer Talkshow gelandet bist, das kommt von Deiner Geleitetheit. Das würde ich nicht so sagen, aber kann man so sagen. Frey, Du hast schon sicher bemerkt, dass so ein Talkshow-Mensch immer einen oder mehrere Zettel vor sich hat. Er hat sich vorbereitet auf den Gast. Die Zettel für Dich hat nun Susi. Aber weil wir uns miteinander vorbereiten, habe ich mitgekriegt, dass Du Dich auf Deine öffentlichen Auftritte und Reden nie vorbereitest. Du bist auch dagegen, dass jemand, was Du sagst, aufnimmt, abschreibt, drücken lässt. Das heißt, Du bist gegen unser ganzes hochentwickeltes Kommunikationssystem. Und für sie, ich bin gegen nichts. Reden. Bei unseren Vorbereitungen auf Dich ist uns natürlich aufgefallen, dass Du aber doch auch gegen etwas bist, nämlich gegen vorbereitetes Reden. Gürtel, Gürtel, lass es mich in die Nähe, hier, Susi und Du, ihr bereitet euch vor auf eure Gäste, dann seid ihr vorbereitet, dann redet ihr nicht mehr mit euren Gästen, wie sie dann da sind, sondern mit den Menschen, auf die ihr euch vorbereitet habt. Ein Mensch ist in jedem Augenblick alles, was er sein kann. Wenn man ihn reduziert auf das, was man über ihn wissen kann, ist es möglich, dass auch er selbst sich nachher produziert, als die Datei, die ihr aus ihm gemacht habt. Ich kann ja gar nichts dagegen haben, dass so ein Verfahren jetzt hier und anderswo. Ich sage nur, ich möchte nicht vorlesen, was ich irgendwann gedacht und geschrieben habe. Verstehst Du, wenn ich selber anwesend bin, vor anderen Anwesenden, dann sind wir zusammen ein Lebensauberblick, dann sind wir alle miteinander eine Anwesenheit, wie sie noch nie war und nie mehr sein wird. Und diese Einzigartigkeit will ich zu entsprechen versuchen, indem ich bin, wie ich jetzt bin, egal, wie ich sonst war und sein werde. Es tut mir leid, Fred, wenn Du in dem, was ich da sage, etwas Deine Vorbereitung, Eure Recherchen, Schmählerndes entdeckst. Fred, hör Sie, ich fühle mich durch Dich ein bisschen geschmälert. Im Gegenteil, Du bist die größte Lizenz, der ich je begegnet bin. Du bist ein Freiraumschaffer Ersten Ranges. Hör Sie, das liegt weniger an mir als an Deiner Lebensbereitschaft. Fred, jetzt musst Du mich aber auch nehmen, wie Du mich hingekriegt hast. Hör Sie, ich fühle mich schon verantwortlich. Fred, bist Du gelegentlich geil? Hör Sie, bunt und froh. Fred, mir fällt ein Stein umherz. Hör Sie, ich habe Impulter gehört. Fred, weißt Du, dass bei Dir kein Mann beteiligt gewesen sein soll, das klingt doch ein bisschen lebensfeindlich. Hör Sie, wichtig ist doch, was herauskommt, nicht wie es hineinkommt. Hör Sie, finde ich auch. Also, Beziehungen zu Frauen gibt es, darüber haben wir nämlich nichts herausgefunden. Du lebst, also keusch. Hör Sie, keusch sein heißt geile sein. Schau, mir muss angesichts der immerwährenden Frauenpräsentation, muss mir doch Mutter Fini einfallen. Eine Kindheit lang war ich Zeuge, die Mutter Fini gelitten hat. Sie hat einen Mann geliebt, den sie nicht erreichte. Und das hat bei mir bewirkt, meine Trägel soll nie eine Frau leiden. Und jetzt tappe ich jeden Tag durchs Mädchen und Frauen, die dich kein Schritt möglich ohne gewaltiges, weibliches Entgegenkommen. Die Welt kann noch nie so von Prachtsmädchen überflutet gewesen sein wie jetzt. Noch nie können Mädchen so schön gewesen sein wie jetzt. Ich fühle mich andauernd attackiert, ohne dass die, die mich attackieren, das wollen oder noch nur wissen. Ich bin andauernd hingerissen und weiß, wenn ich der nachkriege, erfolgreich nachkriege, müsste ich wegen der Nächsten, die genauso ungeheuer ist, die ich sitzen lassen, bei der ich gerade gelandet bin und so weiter. Eine wollen ginge nur, wenn man die anderen nicht wollen müsste. Da kann man sagen, du wartest auf eine, bei der du für immer bleiben möchtest. Ich möchte bei jeder für immer bleiben.